ich kann das ging fix, das ging sehr fix wie in der berg meine freunde was geht aber willkommen hier zu einem erneuten video auf meinem channel freut mich dass du am start bist caldera grind war zum grind rebirth grind alles in eine tonne packen gefällt mir jede map alles gefällt mir gerade am warzone die koopa aber auch immer noch sie wurde zwar genervt aber ich muss euch sagen die koopa ist immer noch geisteskrank wie am intro clip schon gesehen habt ist immer noch ein brandgefälliger laser auf mit range sowie auch auf close range also ich muss sagen mit auch meiner mit einem meiner lieblingswaffen zurzeit auf close range mit range ist noch ein geisteskranker laser vom nerf vom nerf merken schwanz im mund vom nerf merkt man eigentlich so gut wie nichts also wenn ihr wissen wollt wie man die waffe spielt am besten bleibt bis zum ende dran und viel spaß mit den highlights falls du neu bist lassen aber und bleibt doch nicht ich komm wenn man warte ich bin hinter dir chill 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 oh wo ist dich eh mit hier vor der tür vorne erst one hit aber wirklich hier links kommt er rum ja er spielt mit seinem schatz ja auf jeden da wo er herkommt ja komm ja 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 Habt ihr neuner? Zu. Ich glaub hier ne Hattel drin. Einen noch. Zu. Alle? Einer ist ganz hinten. Einer ist da ganz hinten. Einer da hinten wahrscheinlich. Ja. Da hinten, hinter der Wand. Flashed! Der andere war noch beim Shop. Lass sie auch noch holen. Der ist beim Shop. Der läuft da hin. Da beim Shop. Lass sie holen direkt. Flashed! Die sind schon hinter uns gewesen gerade ne? By the way. Also wie sie. Ich hab den so gelesen. Porco Dio, die fang cool und die die Ella. Lieben wir noch welche? Ja man, wenn wir wo ich gestorben bin. Irgendwo rechts. Das ist noch ein ganzes Team oder was? Zwei Leute. Und einer hier drin. Tut Tirol lauter der ist. Jetzt beruhend. Zwei noch hinten weg. Oh, der ist normal. Der allerbeste. Der beste. Los, los, los. Los, los. Heitert Kulak. So. Wo sind die Screenshots? Oh, Junge, Digga. Mein Herz. Dieser Uhrensohn King Joe, Alter. Keine feindlichen Treffer. Hund, Digga. Du Hund. Jetzt hilf. K.O. Kleiner Fässer, Digga. Fass mal auf. Mann. Ah. Reinieren wir Teppel. So. Willi. Ah, nee. Hier. Mann. 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 Der her. Ah! Dummer! Hinter, hinter! Da oben! Ist das so was? Oh, ey! Er ist gesandwiched. Feet hit. Hebelwive. Der habe ich nochmal genockt. Ich habe hier loadout und so bei mir. Was ein Hund, Digga, hab die so gepoppt, Junge. So, meine Freunde der Sonne, kommen wir auch jetzt schon zum Klassen-Setup. Wie spiele ich die Koopa? Und zwar spiele ich die Koopa genauso wie Phalaxi. Ich habe mir die Klasse einfach abgeguckt, um ehrlich zu sein. Weil in seinem Video war die einfach Zocker und ich spiele sie genauso. Also ich zocke Mündung, den MX Schalldämpfer. Lauf zocke ich den Koopa Eigen, also den ersten Lauf. Visier zocke ich Schiefer Reflektor Visier. Deswegen ist die Waffe auch nur für Close Range und Middle Range ausgerichtet. Schaft zocke ich den zweiten. Unterlauf zocke ich den M3 Bereits Schafts Griff. Magazin 9mm, 60 Schuss Trommel. 60 Schuss, sehr, sehr wichtig im Ohrsohn. Auf Reverf könnt ihr dann vielleicht auch den 45 Schuss zocken. Munition verlängert. Könnt ihr auch Brandmuni spielen, wenn ihr dreckig sein wollt. Griff, Stoffgriff. Extra fester Griff, weil Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer. Meistens wird fester Griff gezockt. Oder Vital. Könnt ihr euch aussuchen. Aber Rückschusskontrolle ist sehr, sehr wichtig bei der Waffe. Die lasert dann halt absolut. Und extra zwei zock ich parat. Joa. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr bei Warzone nichts verpassen wollt. Abonniert mich. Warzone Content kommt dir wie aus der Pistole geschossen. Wie aus der Koopa. Drrrr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.